Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge waren wir auf der Suche nach Öl, welches wir benötigen, um ein Geschütz zu bauen. Jedoch haben wir hier tatsächlich nicht viel Glück und finden eigentlich irgendwie kein Öl. Wir brauchten ein Ölkännchen. In einem Ölkännchen könnten wir dieses supertolle Geschütz bauen. Jedoch ohne Öl kein Geschütz. So, jetzt haben wir den Salat. Denn wir finden dieses Öl nicht. Ich brauch ein Öl, verdammt, ein Öl. Oder wie ich es nenne, das schwarze Gold. Hier gibt es kein schwarzes Gold. Ah, 10 Millimeter Patronen. Was ist das? Na, da gibt es nichts. Schade. Auch Öl. Ach Gott. Ja, dann haben wir wieder ab und die Oberfläche. Vielleicht gibt es ja dort wieder Öl. So, geht das. Fahren wir jetzt hoch. Ah ja, Dogmeat muss hierbleiben. Ist gleich, Dogmeat. Alles Gute. Wir sehen uns irgendwann demnächst. Schauen wir mal, ob wir uns überhaupt wiedersehen, Dogmeat. Ich liege doch schon jetzt mit dem Chinesen am Tisch. Haha. Ne, Spaß. Wenn ich die Chinesen nehmen, original Fleisch. Das passt schon. Also, Entschuldigung. Dieses. Diesen Spruch. Ja, Dogmeat hat was gefunden. Ich hab's gesehen. Ich hab's gehört. Ich bin am Weg zu dir, Dogmeat. Ich bin am Weg zu dir. Ah. Komm her. So. Bist du? Dogmeat. Hier. Dogmeat hat was gefunden. Was hat sie gefunden? Ah, Dogmeat. Hallo. Hier. 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 So, und da. Hier war nichts. So. Wo habt ihr doch noch was gefunden? Dogmeat. Hier? Nö. Boah, Öl. Kann ich was abbauen? Schade. Ich darf ihn nicht bauen. Das find ich doof. Ich hätte so gerne hier gebaut. Hier hätte ich genug Sachen gefunden. So. Hm. Hm. Dann würde ich mal sagen, hey. Ah, da liegt da ja noch unser Freund. Hallo. Die Schweine-Delauter braucht kein Mensch. Geht genug Wind. So, wieder runter. Machen wir immer Kaffee-Pause. Schweinerei. Ist besser zum Ton als zum Darlene. Sehr unglaublich. Ja, 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 ja. Oder die Wirtschaften-Medien. So kann's nicht sein. So, wieder zurück in die Stadt. Wo wir weiter auf der Suche nach Öl sind. Aber irgendwie glaube ich, wird es hier kein Öl mehr geben. Das bedeutet für uns, wir müssen nach Concord und dort nach Ölsucher. So, dann... Dogmeet, hallo, Dogmeet! Hey! Ah, nee, falsch. Hat sich die Schnellreisen gegeben oder irgend sowas? Nur von nebenbei? Hm, irgendwo sichern oder wo. Hallo? Klebebahn und Schraubenschlüssel, super. Braucht kein Mensch. Ah, hier. Wo? Hey! Fleisch! Fleisch! Ne, Dogmeet wird da. Lass weggehen. Seht auch noch mal was. Schauen wir noch mal in eine Runde. Wenn es nichts gibt, dann haben wir Pech. So, und weiter geht's. Ab nach Concord. Gott. Wir brauchen Öl. Viel Öl. Sehr, sehr viel Öl. So mehr, so besser. Öl! Und weiter geht die Suche, weiter geht die Suche nach dem schwarzen Gold, schwarzen Gold, schwarzen Gold, weiter geht die Suche nach dem schwarzen Gold. Jahr, 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 Jahr. Ja, Sängerknade, wenn ich keiner wär. Behaupte ich mal, ganz frech. Wo gibt es hier noch Häuser, wo wir hineindürfen? Ich kann mich noch an sein Geschäft ganz am Anfang der Straße erinnern. Dort könnte es theoretisch Öl geben. Theoretisch, praktisch. Schauen wir nochmal bei Todeskrale vorbei. Liegt er noch da? Ah, da ist er! Todeskrale, hallo! Wie geht es dir? Schläfst du? Oh, schade. Ich hätte dich gerne auf Kaffee und Kuchen eingeladen, mein Freund. Schlechter Scherz, Entschuldigung. Aber ja, auch schlechte Scherze. Wir brauchen ihren Platz. Ah, die Kirche. War nicht schlecht. Die Gebete wurden nicht gehört. Kann man so sagen. Ich glaube, der Pfarrer hat am Tag des Niedergangs noch ein Gebet gesprochen. Jetzt geht es mal hoch. Schauen wir, was da oben ist. Jetzt haben wir mal die Waffe. Sicher ist sicher, wenn nicht was kommt. Hm, ein paar Gewehr. Molotow-Cocktail. Ich habe genutztes Klemmbrett. Nö, danke. Safe. Ah, kann man nicht entsperren. Das ist noch kein Experte. Dockend. Hier geht es weiter. Gab es hier Öl? Ja, suchen wir Öl. Das Wichtigste ist Öl. Der Rest ist egal. Öl. Ah, hier geht es noch höher. Die Wendeltretter hoch. Hoppala. Hops. Ah, cool. Das Nachbarhaus. Von unserem Absturzhaus. Ah, ziemlich hoch. Wir gehen wieder runter. Eindeutig die bessere Lösung. So. Ja, das überleben wir. Zack. So. Und schauen wir mal in dieses Geschäft. Hier könnte es doch theoretisch etwas Öl geben. Blechdose, Aluminiumdose, Klebeband, Kappe. Wir brauchen Öl. Ha, hier. Hier. Hier ist es. Hier. Hier. So. Danke. Schauen wir aber gleich noch weiter. Vielleicht finden wir noch ein Döschen Öl. Was gibt es hier? Werkzeugkoffer. Ah, kann man leider nicht verwenden. Schade. Ha, kann man noch Newcola. Nur nicht schlecht. Dogmeat. Ja. So, meine Katze möchte auch mitspielen. Das möchte ich nicht so gerne. Ah. Komm her da. So, komm zurück Katze. Danke. Ja. Ich habe daheim eine Katze. Ja. Wie man jetzt gehört hat. Vielleicht hört man sie auch schnurren. Sie braucht derzeit etwas Liebe. Soll so sein. Stör dir niemanden. Ja. Auch Tiere. Wollen. Ich liebe. Psycho. Psycho. Oh mein Gott. Ich bin doch kein Psycho. Ja. Ja, Katze. Nein. Ja, ich bin nicht bei dir. Nein. 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 So. Besser. Sorry. Aber. Motorrad. Darf ich das fahren? Ne. Schade. Oh. Falsch abgebogen. So. Kein Motorrad für uns dort mit. Schade. Schade. So sehr hatten wir uns über ein Motorrad gefreut. Dann laufen wir mal ein bisschen. Geht schneller. So. Stopp. Und wie sollen wir mal gehen, dass wir weiterkommen. Yeah. Und zurück nach Sanctuary. In unsere Heimat. Denn Krieg ist immer gleich. So. Und wieder langsam. So. Ich kann ihn wieder wegpacken. Also. Nachgeladen. Auch nicht schlecht. Hinhauen. Ja. Zielen. Mir wurscht. So. Wir geben Gas. Wir geben Gas. Wir geben heute Gas. Hallo. Wir sind wieder da. Und haben etwas mit. So. Nein. Hat sie nicht da. Nein. Du darfst sie nicht hin. Ja. So schon. So. Dann stellen wir uns mal unser Geschütz auf. Hätte ich gesagt. Bauen. Bauen. Baumenü. Geschütz. Haha. Kein. Oh. Ah. Ne. Was hab ich gemacht? Den will ich stehen lassen. Ich will ein Geschütz bauen. Lass mich ein Geschütz bauen. Lass mich ein Geschütz bauen. Geschütz. Was? Geh weg. Schütztürme. Ha. Hier. Geht doch. Kann ich das da rauf auch stellen? Geht das da oben? Hier so. Hier. Hier. Ja. Das würde funktionieren. Das zeigt in die falsche Richtung. Hallo Geschützturm. Bist du auch hier? Wieso geht das nicht? Schade. Schade. Eieieieiei. Woll ich das nicht täglich vor die Haustür stellen? Da sieht es doch jeder. Ach er hier. Gehts hier? Hier. Hier gehts nicht. Aber hier. Das steht verkehrt. Ja. Wurscht. Nö. Passt. So. Dann gehen wir wieder zu Sturges. Suchen wir unseren alten Kumpel. Endlich haben wir unseren Geschützturm, das wird nicht lange gedauert, eine halbe Ewigkeit. Ja, entschuldigt Leute, aber spiele halt mal drauf los, bin so der Typ, spiele einfach, schau was passiert, erkundige mich vorher nicht so wirklich über die Spiele, ich spiele aus Leidenschaft und dazu brauche ich mir vorher nichts ansehen, was ich irgendwie nachher benötigen könnte, denn das wäre der falsche Weg. So, meine Katze möchte auch wieder mitspielen, ja, dann darfst du dich zu mir liegen. Ah, jetzt höre ich sie sicher. So, bitteschön, wo ist Sturges? Sturges? Sturges! Ja, ich weiß, ich bin hier an diesen Ort gebunden. Ist nichts Neues. Sturges tanzt auf dem Bett. Ah, nicht schlecht. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber, ja, ich glaub das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Was jetzt? Ein Zuhause für dich? Nicht mein Zuhause? Hilfe gerne. Wir wollen wissen, was jetzt passiert, wo ich weitergehen soll. Was jetzt? Ja. Jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Ich beantworte an. Bist du schon? Ja, Sanctuary. Level up. Sanctuary wurde abgeschlossen. Schauen wir an seine Skills haben. Dann sollten wir einmal ein bisschen auf… Oh, hoppala. Ich finde nie Skills. Ja, hier wollen wir rein, so können wir's killen, weißt, hallo, hallo, so geht das nicht. Ah, hier, Level Up, 3. Stärke, neue Stärke. Na, wir brauchen Intelligenz. Und wir brauchen Glück. Genau, das ist das, was wir benötigen. So, und das würde nun bedeuten, ups, falscher Knopf. Das würde nun bedeuten, dass wir hier, aber nicht das Rade, die Karte nun hier nach, wissen wir, dass wir nun hier, hier her wollen. Genau hier hin wollen wir. Diesen Weg werden wir nun einschlagen. Okay. So, bis später, meine Freunde. Ganz kurz noch was schauen. Irgendwie. Hier, hier, hier. Irgendwie muss ich hier noch kurz was schauen bei der Waffe. Ja, 10mm haben wir ein paar Schuster, nehmen wir wieder diese. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben endlich unseren Geschützturm gebaut, sind gut zusammen und gehen nun auf Reisen. Dies kommt in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.